Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Gewinner der Claro Lumini Awards 2024 Gewinner der Claro Lumini Awards 2024, Auszeichnungen für die Streamer- und Influencer-Community in Peru An diesem Wochenende fanden die Claro Lumini Awards 2024 statt, die peruanische Auszeichnung für Content-Ersteller und Influencer in verschiedenen Branchen, die seit 2023 stattfindet und von Andi Merino, in sozialen Netzwerken besser bekannt als Elze ein, ins Leben gerufen wurde. Hier verlassen wir die Liste der Gewinner des Abends, diese Auszeichnungen, die es geschafft haben, in ihrer offiziellen Übertragung mehr als 45.000 Menschen zusammenzubringen, ein Rekord für Twitch in Peru. Bester Content-Ersteller des Jahres Ioa José Martínez Philipp Chujoy Sprechende Hüvardas, Gewinner Bestes Lied des Jahres Liam C., Otra Noce M.A.S. Remix FT Haplas Hüvardas Christorata, Verborgenes Lächeln Davon Zäcker, King Leon, Amores Cesar Bicay und Alvaro Roth Heute werde ich dich vergessen, Gewinner Bester internationaler Lieblings-Streamer in Peru des Jahres Die Mariana Crystal Marley Xcry Shadone666, Gewinner Bester Twitch-Streamer des Jahres Nicht hier Booty-Sito Darik Alglugluging, Gewinner Bester kultureller Inhalt des Jahres Merlins Bibliothek Bugox Chugox Der gute Buchhändler Platons Roboter, Gewinner Bester informativer Inhalt Josep Astort, von La Encarona Corvents Tagebuch Sag es laut Der Nachrichtenmann, Gewinner Bester Vlog-Inhalt des Jahres Christen Quechua Ariana Boloase Sag es nicht mehr Cholo Soja, Gewinner Beste Reiseinhalte des Jahres Misias aber Reisende Aldo Comunica Ticket in der Hand Franz, Gewinner Bester Podcast des Jahres Lali Nares Kalin im Netz Kalos Kalin Wir alle heilen Iyalo, Kalos Wiltsches, Gewinner Beste Sportinhalte des Jahres Alonso Torschütze Vanodrik Jenseits des Ziels Bester Dota 2 Inhalt des Jahres Zerschlagen Herzschoku Tao Dota Booty-Sito, Gewinner Beste Mode- und Lifestyle-Inhalte Victoria Dahlia Zimt Art What the Chic Grace im Internet, Gewinner Beste Gaming-Inhalte des Jahres Kia Blaubeere Pepe der Zauberer Darik, Gewinner Bester Food-Content des Jahres Reisen und Ausprobieren Essen Chili-Ursache Waldir-Megg, Gewinner Bester Technologie-Inhalt des Jahres Technologie für mich Arturo Goga Diego Quiroz Philipp Chujoy, Gewinner Bester Humor-Inhalt des Jahres Die Conneros Wir waren Pfoten Sipnito Nn-Interviews, von Zagaladas, Gewinner Bester Tanz-Inhalt des Jahres Nick Siventes Migulito Peru Tutorials Blau Tutorials Blau Josef Tauweye, Gewinner Bester Fail des Jahres Tweeklog-Looking Bester Clip des Jahres Jephra Auszeichnung für sein Lebenswerk Mox YouTuber Offenbarungsinhalt des Jahres Jaime Bailly Kurz gesagt, die Claro Lumini Awards sind nicht nur eine Gelegenheit, das Talent und die Kreativität peruanischer Influencer zu würdigen, sondern sie haben auch einen Einfluss auf die Gesellschaft, indem sie kulturelle Vielfalt, Innovation und Community-Verbindung im digitalen Bereich fördern. Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar und abonnieren Sie uns, um weiter zu wachsen und uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok zu folgen. Peru News Today Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram